Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM, hätte ich jetzt beinahe gesagt, natürlich. Jetzt werden wir beinahe in XCOM rausgerutscht. Das ist unglaublich, ich bin jedoch in Minecraft und wir spielen hier Minecraft Classic. Und das in einer weiteren Version in der 12401. Ja, ich habe ein paar Punkte und ein paar Striche vergessen, aber das macht jetzt nichts, was ich dazu hinzufügen kann. Ich habe die 1.2.3, die 1.2.31 und das Ganze bis zu 0.4 hoch, komplett übersprungen, weil das Spiel einfach nicht starten wollte. Doch, es wollte starten, aber immer wenn ich die Welt hier geladen habe, gab es halt einen Absturz. Und ich weiß jetzt auch, dass die ganzen Abstürze von dem Spiel mit dem Texture Pack zusammenhängen. Also wenn ich ein Bild aufhänge, muss ich noch ändern, aber nicht in naher Zukunft. Was hatte ich vor? Ich hatte vor, Bücherregale zu basteln, oder? Genau, Holz habe ich ja mittlerweile genug. Oh Mann, dass man sich die ganze Arbeit doppelt und dreifach machen muss. Na komm, ein bisschen mehr Holz schadet auch nicht. Und du kommst auch noch mit, damit du dich nicht so einsam fühlst. War schon irgendwie ekelhaft, wenn man alles zweimal machen muss. Aber damit ist es jetzt erledigt. Wir haben jetzt mehr als genug Bücherregale. Naja, mehr als genug ist ein bisschen unzertrieben, denn ich habe ja in der letzten Folge ein paar Bücherregale verschwendet. Schande über mein Haupt. Aber gut. Moment, und die Glasscheibe muss sich ja auch noch ausbessern. Die hängt ja auch schon wieder seit dem Absturz wieder so rum. Gut. So, dann treten wir mal wieder einen Meter zurück. Diese Holzleiste hier hat mir ja relativ gut gefallen. Also kommt sie wieder hin. Oder hier eine Holzleiste, aber dann sieht das ja wieder komisch aus. Im Boden und so. Das muss nicht sein. Ja, wunderbar. Wunder, wunder, wunderbar, wenn man sich so wunderschön verklickt. Hm. Ähm, wie war denn das hier? Das war so rum, oder? Draußen. Schafis! Ja, Sonne, gehst du auf? Okay, sobald die Skeletter da draußen abgedampft sind und die ganzen Creeper-Bagaschen da hinten, dann gehen wir raus. Ein paar Schafe streicheln. Naja gut, wir werden sie eigentlich verprügeln, aber das müssen die ja nicht wissen. Wir müssen denen nicht mehr Angst machen, als sie eigentlich schon haben. Und auch wenn ich diese Anbau, äh, Anbau sage ich schon. Dieses komische Ding hier, diese Leseecke gut, beziehungsweise die mir halbwegs gut gefallen hat, weiß ich jetzt nicht, ob die da immer noch so gut reinpassen würde. Auf jeden Fall hatte ich das hier deutlich länger. Hm. Wobei, da fällt mir gerade ein, ich habe ja doch doppelten Boden gemacht. Da könnte ich jetzt die Decke hier wieder rausreißen. Wobei, wir machen die Decke nur drei hoch. Hm, ich bin immer so überfragt. Okay, draußen brennt's. Gehen wir raus. Ein paar Schafe verkloppen. Juhu. Hi, der Witzker. Ja. Nervig ist die ganze Erde hier nicht verschwunden. Wobei es mir so vorkommt, dass hätte ich hier schon mal viel mehr Erde gehabt. Okay, das war Nummer eins. Und da ist Nummer zwei. Und der Creeper da vorne, der kann mich mal. Und ich frage mich wirklich, ab welcher Version die Blätter wieder Decade sind. Weil das nervt mich dann schon ein bisschen hier. Da kommt man ja noch nicht einmal ein Sapling raus. Ja, was guckst du mich so an? Hm. Komm, wir verpurgeln jetzt einen Creeper. Da wir auch nichts Besseres mit unserer Zeit anfangen können. Boah, habt ihr das gesehen? Das Knockback wurde ja in dieser Version ja komplett reduziert. Früher sind die ja kilometerweit geflogen. Und jetzt? Nicht mehr. Oder hat der Creeper etwa an? Hackt der? Hat der einen No-Knockback-Hack drin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das gefällt mir hier schon mal gar nicht. Das sieht ja auch interessant aus hier. Eine Höhle? Really? Okay. Dafür werde ich extra diesen Baum hier abhacken. Weil ich da schon mal runtergucken will, was da unten ab sich geht. Natürlich, vor sich geht. Ah, okay. Hier waren wir schon mal. Das ist doch die eine Mogelhöhle, oder? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, gut. Da hat mich dieses doofe Skelett ein bisschen verschreckt. Macht ja nichts. Kann ja mal vorkommen. Zu dem Huhn sag ich da erstmal gar nichts. Wenn es da runterkommt, wenn es da runterkommt, dann kommt es auch wieder selbstständig raus. Es gibt hier echt keine Schafe mehr. Hm. Wird wirklich Zeit, dass wir uns bald hier irgendwelche Viecher zum Züchten holen. Na ja, gut. Geht ja nicht, aber es wäre trotzdem schön, wenn man sie züchten könnte. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir unseren verblichenen Freunden hier ein bisschen Gesellschaft leisten. Ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Und Ende halten. Na ja, das war's. Gut. Ah, hier gibt es so ein kleines, schönes, wunderbares Kinderbecken. Finde ich toll. Ja, ich renne gerade. Uh, planlos in der Gegend rum. Bei einer schönen Höhle kann ich ja auch nicht Nein sagen. Hm, hier könnte man auch so eine Krypta reinzimmern. Moment, dass da hinten ist doch wohl kein Bambus aka Zuckerrohr, oder? Ich habe eine Weltreise. Doch, das ist Bambus und Zuckerrohr. Oh, und ich mache hier eine Weltreise, um sowas zu finden. Aber ja, bis direkt hinterm Haus. Na, wundervoll. Oh, hier gibt es ja noch eine Höhle. Waren wir da schon drin? Ach, halt, ist ja keine Höhle. Hier haben wir Kohle ausgebuddelt. Stimmt, ich erinnere mich. Ist ja auch noch nicht so lange her. Oh, das werden wir hier alles irgendwo mal planieren müssen, oder? Weil das geht ja mal gar nicht so. Das hier gefällt mir auch nicht. Und solange wir hier Tag haben, können wir durchaus draußen ein bisschen rumspielen, ein bisschen Erde wegklatschen und irgendwo anders wieder hinklatschen. Weil das natürlich auch gemacht werden muss. Wir wollen ja schließlich an allen Baustellen irgendwie vorankommen. Ja gut, ich habe noch eine Ersatzschaufel dabei. Ich habe mir schon zu einem gemacht. Es gibt ja nichts Dooferes, als wenn man hier anfängt irgendwie Erde abzubauen. Und dann feststellt, hoppala, du hast ja nur eine Schaufel dabei und die ist ja schon halb kaputt. Dem ist aber nicht so. Was ich mir aber anschaffen könnte, wäre so eine neue Axt. Das finde ich phänomenal. Die ganzen Löcher, die hier überall am existieren, sind schlimm. Okidoki. Machen wir hier ein bisschen weiter. So, und bitte hier nochmal und da auch noch. Wundervoll. Da kann jetzt wenigstens die ganze Erde rumwachsen. Und ich glaube, ich werde hier einfach mal die ganze Erde hier runterflachen. Komplett bis dahinten zuziehen. Das wird ein bisschen zu viel Arbeit, oder? Weil man kann es sich ja auch schwer tun. Was man ja eigentlich auch nicht muss. Ok, zum Glück wird die Erde auch nicht ewig vorhalten. Die 17 Stück verbastle ich auch noch schnell mal. Moment mal kurz. Immer wieder ekelhaft, denn einfach so mitten beim Reden die Stimme versagt. Optimal. Guckt euch das mal an. Wie das Unkraut sprießt es hier nach oben. Vielleicht fangen wir heute schon mit der Kuppel an. Oder frage ich mich, ob ich zuerst einmal den See hier beseitigen sollte, weil der wird vorerst stören. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Lässt du mal wieder die Hälfte liegen. Schlimm. Wow, fast einen ganzen Stack geerntet. Wenn ich das auch noch aufheben würde, was alles daneben gegangen ist, dann habe ich höchstwahrscheinlich auch einen Stack. Ja, wir könnten zumindest schon mal den Umriss von der Kuppel machen, so wie ich sie geplant habe. Hier haben wir eine Breite von 6. Gehen wir dafür vielleicht nochmal ein bisschen weiter zurück. Ok, jetzt müssen wir auch nur aufpassen, dass die Kuppel halt nicht zu groß wird. 1, 2, 1, 2, 3, 4, wird das reichen? 5, 1, 2, 3, 4, 5, gut, dann müssen wir hier rüber auch nochmal 2 rüber. Ja, der Raum soll dann relativ rund wirken. Ob er dann auch rund wird, das ist eine andere Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komm, machen wir auf mal 7 hier hin. Ich nehme auch noch mit. Wobei, das wird ja nicht mehr rund. 1, 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, und dann gehen wir hier eins. Ok, das war es schon wieder. Wer trampelt hier diese Kuh schon wieder? Bäh. Naja, ganz rund wird es halt nicht. Eigentlich wird es gar nicht rund. Vielleicht müsste ich hier dann nochmal einen rüber. Dann hier nochmal einen raus. Hm, runde Formen mit Minecraft, das ist ja immer so ein Ding für sich, ne? Ja, weil da musste ich ja hier hin. Hier hin. Kommst du hier wieder weg. So ein Doppelteil, verstehst du? Damit wird die Kuppel auch deutlich größer und es wirkt dann auch irgendwie runder. Kommst du so hin? Kommst du so hin? Also ein Einzelner. Okay, das ist so lang. Ja, ein Glück, dass ich die ganze Erde verbraucht habe. Eins, zwei. Okay, dann geht es hier nochmal eins rüber. Ich glaube, man sieht, wo der Trend hier hingehen soll. Der sitzt wesentlich runder als da drüben, oder? Hm. Und ein Glück, dass es wieder dunkel wird. Dass wir hier wieder direkt reingehen können. Braucht nur ein bisschen Erde. Bei. Hm. A little bit überfragt ich sein. Dann kommen hier die sechs, acht Stück hin. Okay, zwei. 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 Alter, Schwede, das wird riesig. So viel Glas bekomme ich doch nie und immer zusammen. Wenn wir schon mal hier sind, eine Fackel hinstellen. Da eine Fackel hinstellen. Vor allem, dass ich jetzt den halben Berg hier abtragen muss. Na, so haben wir nicht gewettet, mein Freund. So nischt. Okay. Dann muss ich das hier auch alles wieder wegloppen. Das tut mir zwar mächtig leid, aber geht halt nicht anders. Das muss schon alles irgendwie in Hand und Fuß haben. So, hier kommt der eine hin, oder? Ein, zwei, ein, zwei. Nee, das wären hier drei. Okay. Gut, hier kommt dann der Einzelne hin. Dann geht's hier rum. Das ist hier immer noch erschreckend dunkel. Das tue ich mir hier an. Das tue ich mir hier an. Ja, hier kommt so eine Art Kuppel hin. Das wird schön, keine Sorge. Tja. Tja. Tja, jetzt habe ich den Salat. Ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei. Okay. Schau ich mir nochmal die andere Seite an. Ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei. Und dann kommen die zehn. Vor allem möchte ich den Boden hier erstmal doppelt hoch machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wie, ich habe hier eine Höhle unterm See? Das glaube ich dann mal nicht. Wobei, schaut es eigentlich unter Wasser aus. Irgendwie dunkel, würde ich behaupten. Da geht es aber noch tiefer runter. Ne, geht es nicht. Hui. Okay, gut. Gerüsterde. Pass auf, jetzt kommt gleich ein Creeper und sprengt mich weg. Nur weil er meinen Plan hier nicht versteht. Und dann wegen den Bauvorschriften meckert. Garantiert. Ich habe da noch ein bisschen Sand, oder? Okay, das sind hier die zwei. Dann brauche ich nochmal zwei darüber. Raus da. Nicht, dass du die noch hier totholst im Wasser. Ertrunken sind wir ja bis jetzt auch noch nicht. Das fehlt uns noch in unserer Sammlung. Jetzt kommt der Einzelne. Okay. In welche Richtung muss ich eigentlich? Weiter in die? Ne, das wird dann nicht mehr rund. In die muss ich. Oder? Ja, ich bin so über... Oh, 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 oh. Vorsicht, mein Freund. Vorsicht. Na super, ich komme hier selbst nicht mehr raus. Da habe ich mir eine tolle Todesfalle gebastelt. Wie sieht es denn hier aus? Ja doch. Genau in die genau entgegengesetzte Richtung. Das passt schon. Hallo. Aufs Maul? Gut. Sonst noch jemand, der Stress sucht? Hm? Hm? Nö? Okay. Dann ist ja gut. Dann verhaltet euch bitte ruhig. Eins und zwei. Okay, da bräuchte ich ein bisschen Wasser. Äh, Wasser sagt er. Er meint natürlich ein bisschen Untergrund. Okay, und hier nochmal ein? Das sieht so falsch aus. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins. Moment mal kurz. Da ist ja der Fehler. Ich habe die zwei damit reinkalkuliert. Au, nein. Das bedeutet hier eigentlich, ich müsste das Ganze hier schon abkürzen. Die zwei hier hin bauen. Bei zehn sind definitiv zu viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hm. Ich habe ja nur zwei rüber. Und dasselbe ist hier. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Zwei, eins, zwei, eins, zwei. Zwei, vier, sechs. Okay, läuft. Ah, ich wiederhole es gerne. Aber worauf habe ich mich hier eingelassen? Erstmal Feierabend für heute. Nee, nee, nee. Nicht mit mir. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Genau, das ist auch das richtige Stichwort. Denn diese Folge ist leider schon zu Ende, meine Freunde. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.